Gut, Klassenhalt frühzeitig eigentlich geschafft, also das müsste zu schaffen sein und damit ist es auch gut und dann muss man nächste Saison einfach angreifen, also mal richtig angreifen und nicht immer nur mit Erzählungen. VfB ist einfach so, man muss sehen, dass der Zug einfach langsam nicht abfährt in Richtung Plätze nach oben. Ich finde es eigentlich mit Kramny, dass er es gut macht. Ich hatte ihn auch in der U23 und er macht seinen Job gut.